Es ist keine USB-V, das klingelt so oft. Sucht es. Da ist das Ding. Sollen wir rangehen? Ich fass den Scheiß nicht an. Ach, fuck. Hola, caballeros. Hier spricht der Suenio. Welch eine Freude, endlich mit Ihnen zu reden. Und ich dachte, wir treffen uns Angesicht zu Angesicht. Sag mir nicht, dass du spät dran bist. Verzeihen Sie die Inhaltetaktik, aber Leute in unserer Branche müssen sich vorsehen. Doch ich bin kein Lügner. Da sind keine Sikarios, keine Unidaten. Ich will nur reden. Sag uns, wo du bist, dann reden wir. Ich will nur das Blutvergießen beenden. Es ist unnötig. Es ist schlecht fürs Geschäft. Und es ist schlecht für Bolivien. Dieses Land versucht seit Jahrzehnten, auf die Beine zu kommen. Treten Sie es nicht wieder zurück in den Staub. Sagt der Kerl, der das ganze Land zu seiner Hure gemacht hat. Erzählst du uns noch was Wichtiges? Vor Ihnen stehen vier Autos. Betrachten Sie sie als Antrittsbonus. Sag das nochmal. Ich glaube, ich habe was an den Ohren. Willst du uns anheuern? Sie gehören zu den gefährlichsten Leuten auf der Welt. Natürlich will ich sie anheuern. Jeden Tag riskieren sie ihr Leben für ihr Land. Und man bezahlt ihnen gar sinada. Gar nichts. Arbeiten Sie für Santa Blanca. Dann verdienen Sie mehr Geld, als Sie sich vorstellen können. Sorry, aber mit Verlaub, fick dich ins Knie. Hör zu, wir sind nur hierher gekommen, um dich zu töten. Die Tatsache, dass du nicht hier bist, bedeutet nur, dass du noch etwas mehr Zeit auf Erden hast. Aber du solltest schon mal Abschied nehmen. Denn wir werden dich finden. Und wir werden dich töten. Dann soll es so sein. Versuchen Sie ihr Glück. Boman, wir atmen noch. Svenju hat uns ein lukratives Jobangebot gemacht. Und? Haben Sie es angenommen? Kaum Sozialleistungen. Und wir sagten, wir würden ihn töten. Also haben Sie uns weitermals. Soll ihr recht sein. Bis dann. Ladung ist scharf. In Position. Habt das C4 scharf. Die Ladung ist scharf. Die Ladung ist scharf. nachdem. Die Ladung ist scharf. Das hat sich very wichtig. Äh, ein paar Mal ist scharf. Ich habe diese Motivationen. Die Ladung ist scharf.